Ihr Rabbi hat ihr gut zugeredet, doch sie wollte nicht. Sie ist keine Masochistin, sie ist suizidal. Gute Arbeit, Chase. Ja, ich hätte besser gleich zwei Rabbis bitten sollen. Kann ich gehen? Wir brauchen sie noch. Also statt ein paar Tage haben wir jetzt nur noch wenige Stunden. Gute Arbeit, Chase. Wozu brauchen Sie mich? Ohne sie ist es witzlos, gute Arbeit, Chase, zu sagen. Nein, im Ernst, wir brauchen sie.